Was geht ab, Leute? Chris hier auf dem Channel Crystal Cards und das ist quasi die Fortsetzung meines ersten Videos. Yu-Gi-Oh! Serial Manga Band 5. Und ja, dann mach ich das Ding einfach mal auf, wenn ich's schaffe. Boah, heftig. So. Ja, und wie schon erwähnt, ist die Story anders als im Anime und dafür wurden auch extra neue Charaktere erstellt, wie zum einen der Typ hier und aus dem anderen Manga D-Lady hier und ja, wie sie heißen, weiß ich nicht mehr, ist schon lange her und da wurde die Karte einfach nur so reingelegt, okay, oder geklebt, was auch immer. Nee. Und das ist Nummer 72 Shogi Rook. Nummerkarte, den Effekt finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber Nummerkarte, da ist das egal. Ja, was gibt's sonst noch dazu zu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Insofern Cha-Cha. Ja. Ja. Insofern Cha.